Der Begriff der politischen Mitte ist ja ein Schillernder und ich selbst als Vertreter der radikalen Mitte positioniere mich ja auch dort. Aber wir haben es auch mit einer korrumpierten Mitte zu tun, als gewissermaßen unser Gegner, um die soll es heute gehen. Der Anlass des heutigen Videos ist ein Artikel auf den Nachdenkseiten. Und die Nachdenkseiten sind ja ein Alternativmedium aus dem linken Lager, das einem vor Augen führt, dass die politische Linke nicht völlig den Verstand verloren hat, sondern dass es auch in der politischen Linken vernünftige und durchaus rational denkende Menschen gibt. Ja, der Artikel heißt die totalitären Neigungen der anständigen Mitte. Ja, ich möchte sie vielleicht als die korrumpierte Mitte bezeichnen, aber das ist ein durchaus sehr lesenswerter Artikel. Also der Autor Udo Brandes positioniert sich klar gegen die AfD, aber umgekehrt auch klar gegen diesen sogenannten Aufstand der Anständigen, wie er es auch hier in Anführungszeichen setzt. Das heißt, er wägt nach zwei Seiten ab und ist damit methodisch gewissermaßen steht er der radikalen Mitte nahe. Und deswegen ist es aus meiner Sicht durchaus sehr interessant, sich diesen Artikel eben näher anzuschauen. Ich möchte nur einige Schlaglichter auf diesen Artikel werfen. Zum einen kommt er hier darauf zu sprechen, dass also während der Corona-Zeit es also sehr unbotmäßige Äußerungen auch aus dem Mainstream gab. Also sprichwörtlich, ikonisch war ja Nikolaus Blome, Ressortleiter Politik und Gesellschaft in der Zentrale Redaktion der RTL Mediengruppe und auch Kolumnist eben bei Spiegel. Auf ihm geht das Zitat zurück. Ich hingegen möchte an dieser Stelle ausdrücken, um gesellschaftliche Nachteile für all jene versuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Ja, und Blome war jetzt nicht der Einzige, der sich derart geäußert hat. Ja, und wie auch immer man zu Impfungen und Corona steht, ist hier nicht so sehr das Thema. Es geht vielmehr darum, dass hier ganz klar in einer unbotenmäßigen und auch für die Demokratie äußerst bedenklichen Weise gegen Ungeimpfte gehetzt wurde. Gegen Menschen, die also von dem Recht auf körperliche Unversehrtheit Gebrauch machen wollten, auch im Sinne des Nürnberger Kodex. Zur Erinnerung, der Nürnberger Kodex ist eine, wie soll ich sagen, ein Minimalstandard für medizinische Ethik, der vor dem Hintergrund der Erfahrung des Nationalsozialismus und der Menschenexperimente, die es dort in den KZs gegeben hat, eben ganz klare Standards festlegt, was Ärzte sozusagen nicht machen dürfen, wozu sie sich nicht hergeben dürfen. Und Zwangsexperimente gehören eben dazu medizinischer Art. Und da diese R-M&A-Impfstoffe zur Corona-Zeit eben auch damals nur experimentell zugelassen waren oder vorläufig zugelassen waren, sodass also es immer auch noch theoretisch möglich war, dass sie die endgültige Zulassung gar nicht bekommen, handelt es sich definitiv um eine Art medizinisches Experiment. Das ist der Hintergrund, ja. Gut, Tatsache ist, und das habe ich auch schon mehrfach darauf hingewiesen, dass also derartige Äußerungen, wie sie damals en vogue waren im politischen Mainstream, im Grunde genommen den Tatsachenbestand der Volksverhetzung erfüllen. Ja, da muss man mal im Gesetz nachschauen. Und die Formulierung im Gesetz ist hinreichend schwammig, um auch sozusagen derartige Äußerungen als Volksverhetzung verstehen zu können. Nur ist mir keine Rechtsprechung bekannt, dass derartige Ausfälligkeiten dann auch als Volksverhetzung geahndet wurden, was klar macht, dass so ein Gummiparagraf wie der der Volksverhetzung dann auch immer eigentlich im Sinne der Regierungslinie ausgelegt wird, leider. Und es sich damit eigentlich nicht um ein, ich will mal sagen, universalistisches Gesetz handelt, sondern ein klar um ein im Grunde genommen meinungsbeschränkendes Gesetz zugunsten der Regierungslinie. Ja, es wird niemals dann so ausgelegt, dass hier regierungsnah Volksverhetzungen gewissermaßen auch geahndet werden. Das ist leider die Rechtspraxis, die wir dann in der Wirklichkeit beobachten können, weswegen für mich eine derartige Gesetzgebung äußerst fragwürdig ist. Also ich bin der Meinung eigentlich, dass Meinungsfreiheit richtig verstanden im Sinne der US-Verfassung ist und dass wir deswegen derartige Gesetze eigentlich gar nicht brauchen. Gut, der Autor stellt hier zu Recht fest, dass man also sich nicht vorstellen braucht, was passieren würde, wenn entsprechende Äußerungen mit ähnlichen Forderungen von AfD-Politikern aufgestellt würden, was dann sozusagen los wäre. Da wäre der Volksverpetzer dann gleich um die Ecke, um das dann hochgradig zu skandalisieren und er wäre wahrlich auch nicht der Einzige. Gut, ja, kommt dann darauf zu sprechen, dass also diese während Corona er tatsächlich ein Stück weit den Glauben an das deutsche Demokratieverständnis verloren hat. Und ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube tatsächlich, dass die Deutschen bis heute ein Problem mit der Demokratie haben. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Deutschen sind 1945 oder 1949, je nachdem, auf die ähnliche Weise Demokraten geworden, wie sie 1933 Nazis wurden oder Mitläufer wurden. Das heißt im Grunde genommen aus Opportunismus heraus. Also nicht unbedingt aus inniger Überzeugung, aber das war 1933 eine Welle des Opportunismus. Die Leute sind massenhaft in die Partei eingetreten, weil es eben opportun war. Und so waren dann eben auch 1945 die Deutschen massenhaft Demokraten. Ich glaube, dass beides nicht besonders aufrecht war, führt aber dazu, dass die Deutschen bis heute eigentlich ein, wie ich finde, fragwürdiges Demokratieverständnis haben. Also ein nicht wirklich substanziell gereiftes, nicht durch einen Freiheitskampf, wie ich will mal sagen, errungenes, würdiges Demokratieverständnis, sondern immer ein Demokratieverständnis mit dem realen oder auch dem virtuellen Gewährlauf im Rücken. Also ein unfreies Demokratieverständnis. Und das ist sehr bitter, denn die Frage ist, wie kann man das reparieren? Also das ist wirklich eine sehr ernsthafte Frage. Und die schwerwiegenden Korrosionserscheinungen, die unsere Demokratie zeitigt, sind auch darauf zurückzuführen, dass wir eben ein vergleichsweise schlechtes Demokratieverständnis haben. Eine vergleichsweise schlechte und schwache Demokratiekultur auch. Ja, dazu kommt, dass auch von Seiten der Regierungen, insbesondere Nancy Fazer, tut sich ja immer wieder durch wirklich Randalieren in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, zeichnet sie sich aus. Und unter ihrer Ägide ist ja ein neuer Tatbestand für die vermeintliche Verfassungsfeindlichkeit geschaffen worden. Und das nennt sich Delegitimierung des Staates. Das ist auch wieder so ein Gummiparagraf, der geschaffen wird. Das ist ja kein richtiger Paragraf, aber es ist sozusagen ein Kapitel im Verfassungsschutzbericht. Und das ist an sich ja schon ein fragwürdiges Instrument, denn im Grunde genommen handelt es sich wie so eine Art, um so eine Art Schattenrechtsprechung, diese Verfassungsschutzberichte. Also dort werden sozusagen politische Gegner markiert, beziehungsweise bestimmte Akteure eben gekennzeichnet. Und das nimmt ihnen dann schon erhebliches an Legitimität, zumindest in der öffentlichen Diskussion. Aber das ist natürlich fragwürdig, ob man sich nicht hier im Grunde genommen an der wirklichen Rechtsprechung vorbei bewegt. Und wie hier sozusagen mit diesen Verfassungsschutzberichten und den entsprechenden Einschätzungen eine Art Schattenjulikative geschaffen wird, die aber eben in vollkommener Abhängigkeit von der Exekutive existiert. Denn das sind ja weisungsgebundene Institutionen und damit letztlich auch den Regierungen dienende Institutionen und auch den regierenden Parteien dienende Institutionen. Das muss man ganz klar sagen an dieser Stelle. Ja, und hier heißt es eben beispielsweise aus dem Verfassungsschutzbericht 2021, wird hier zitiert, Diese Form der Delegitimierung erfolgt meist nicht durch eine unmittelbare Infragestellung der Demokratie als solche, sondern über eine ständige Agitation gegen und Verächtlichmachung von demokratisch legitimierten Repräsentantinnen und Repräsentanten sowie Institutionen des Staates und ihrer Entscheidungen. Hierdurch kann das Vertrauen in die staatlichen Systeme insgesamt erschüttert und dessen Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden. Eine derartige Agitation steht im Widerspruch zu elementaren Verfassungsgrundsätzen wie dem Demokratieprinzip oder der Rechtsstaatsprinzip. Also das letzte Satz, da mache ich mal ein ganz grundsätzliches Fragezeichen. Das scheint mir einfach ideologisch begründet oder opportunistisch begründet. Es scheint mir nicht der Sache nach nicht gerechtfertigt. Denn was hier beschrieben wird, ein ständiges Agitieren und Verächtlichmachen demokratisch legitimierte Repräsentantinnen und Repräsentanten, ist in meinen Augen ein Grundrecht in der Demokratie. Nehmen wir beispielsweise mal das Satire-Magazin der Titanic. Das macht die ständig. Sie macht sich ständig lustig über Vertreter unserer Demokratie und macht sie, wenn man so will, verächtlich, gibt sie dem Spottpreis etc. Und sowas wie die Titanic gehört zur Demokratie dazu und zur freien Meinungsäußerung. Und egal unter welchen politischen Vorzeichen, solange gewisse Minimalstandards wie Beleidigungen etc. eingehalten werden, also nicht beleidigen, ist das absolut legitim in meinen Augen. Ja, also nochmal. Herrschaft ist per se nicht legitim in einer Demokratie, sondern sie muss sich legitimieren. Ja, das ist das Prinzip. Das heißt, die Delegitimierung des Staates ist in gewisser Hinsicht eine Bürgerpflicht in der Demokratie. Das heißt, der Staat muss durch die Bevölkerung, durch die mediale Öffentlichkeit etc. ständig unter Legitimierungsdruck gesetzt werden. Das ist ein elementares und essentielles Prinzip in der Demokratie. Dass der Staat in der Legitimierungspflicht ist, dass er ständig seine Legitimität nachweisen muss. Und Wahlen sind da in meines Erachtens nur ein Bestandteil. Die ständige Rechtfertigung im Trommelfeuer der Kritik ein weiteres, ein weiterer Bestandteil. Also das sind hier tatsächlich ganz, ganz gefährliche Tendenzen, die man nicht anders bezeichnen kann als totalitär. Was hier mit diesem angeblichen, mit der angeblichen Verfassungsfeindlichkeit der Delegitimierung ins Auge gefasst wird. Und der Autor des Artikels hier führt dann eben auch als ein Zitat von Friedrich Merz an, der sich hier in einer scharfen Polemik gegen die Regierung äußert. Es ist einfach nur noch peinlich, so schreibt Merz oder sagte Merz. Was wir von Ihnen hier sehen und hören, Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie können es nicht. Die Schuhe, in denen Sie stehen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, sind Ihnen mindestens zwei Schuhnummern zu groß. So wird also hier Friedrich Merz zitiert. Und es geht hier nicht darum, ob er jetzt erreicht hat oder nicht, sondern es geht darum, dass er einfach mit einer scharfen Polemik gegen die Regierung agiert. Und wenn man diese schwammige Formulierung aus dem Verfassungsschutzbericht eben nimmt, könnte man auf die Idee kommen, ja, was Friedrich Merz hier macht, ist verfassungsfeindlich. Im Sinne dieses schwammigen Tatbestandes der Delegitimierung. Gut, der Autor Udo Brandes kommt dann auch noch ganz kurz auf andere Aspekte zu sprechen, wie beispielsweise ein Depilter Service Act der EU, ja, oder dass eben ein Friedensaktivist strafrechtlich belangt wurde, weil er eben eine ungenehme Haltung zum Ukraine-Krieg öffentlich geäußert hat, ja, hat es tatsächlich gegeben in Berlin, also auch eine empörende, empörender Vorfall, ja. Und schließlich kommt der Autor zum Schluss. Aufgrund solcher und ähnlicher Vorkommnisse hält sich mein Vertrauen in die anständige Mitte in Grenzen. Ich wage zu behaupten, dass gar nicht mal so wenige der Demonstrationsteilnehmer schlichtweg Opportunisten sind, die bei den nächsten Krisen wieder dort abbiegen, wo der Verfassung geschreddert wird. Aber mit einem bin ich mir mit den Demonstranten einig. Unsere Demokratie ist ernsthaft bedroht, nur eben keineswegs nur von links oder rechts, sondern ebenfalls aus der anständigen, in Anführungszeichen, Mitte der Gesellschaft. Ich kann hier dem Autor an der Stimme, an der Stelle nur aus ganzem Herzen zustimmen, ja. Und als Vertreter der radikalen Mitte grenze ich mich eben dadurch ab von der opportunistischen Mitte. Ja, das ist sozusagen das Gegenbild, wenn man so will, ein Feindbild auch der radikalen Mitte. Radikal heißt eben, sich nicht gemein machen mit der herrschenden Klasse. Kritisch zu bleiben, Sand im Krieg Kriege zu sein, ja. Und eben auf Distanz auch zur Macht zu gehen, ja. Und in diesem Sinne, ja, tummelt sich eben in der Mitte auch diese große, große Mehrheit der opportunistischen Mitte, ja. Und diese opportunistische Mitte ist zumindest in medialer Hinsicht ganz klar rot-grün zu verorten, ja. Ja, wenn ich das mal hier nochmal zitieren darf, das ist hier, auch von Twitter habe ich das oder von X, das ist eine Aufstellung von, ja, sogenannten Zufällen, ja, zufälligen Interviewpartnern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist allein die Statistik für Februar. Was ist damit gemeint? Es gibt ja immer wieder so Berichte, wo dann angeblich irgendwelche zufälligen Passanten eben interviewt werden. Und mittlerweile wird regelmäßig herausgefunden, dass das gar nicht unbedingt immer so zufällig ist, sondern dass es sich ganz häufig bei diesen zufälligen Passanten um Parteigänger der politischen Parteien handelt. Also man nimmt irgendwelche, was weiß ich, Kreisvorsitzenden, Gemeindevorsitzenden von Parteien, ja, und präsentiert die uns dann als zufällig von der Straße aufgegriffene Bürger, ja. Das heißt, das ist eine ganz klare parteipolitische Schlagseite häufig bei solchen Interviews. Und hier gibt es eben die Statistik, wie diese, ja, dann in der Regel nicht benannten Parteimitgliedschaften von solchen zufälligen Passanten, in Anführungszeichen, wie die sich verteilt. Und da sehen wir eben, dass ein Drittel bei der SPD bzw. der SPÖ ist, also da haben wir auch ein paar Fälle aus Österreich mit dabei, ein Viertel bei den Grünen, ein Viertel bei CDU. Ja, und dann marginal eben FDP, Freie Wähler, ÖDP und Linke, ja. Noch zwei Rundfunkräte sind mit dabei, das ist besonders kurios aus meiner Sicht, ja. Und wir sehen natürlich, entspricht dieses Tortendiagramm in keiner Weise der Repräsentation im Parlament und schon erst recht nicht dem Meinungsbild in der Bevölkerung, was hier Rot-Grün praktisch eine Zweidrittelmehrheit hat bei der uns präsentierten angeblichen Volksmeinung, ja, ist im Parlament aktuell, glaube ich, so etwa bei 30 Prozent, also nicht mal die Hälfte, ja. Gut, wie es um diese opportunistische Mitte steht, ja, die hier vom Autor des Artikels als tendenziell totalitär benannt wird, gibt hier noch ein kleines Schlaglicht von einer Demonstration hier im Zusammenhang gegen diese Demonstration gegen Recht. Das ist eine kleinere Veranstaltung, aber wir sehen hier ein Plakat von, eine Fahne von der SPD und hier rote Karte für die AfD. Und schauen wir mal, wie bunt und divers hier dieses Völkchen ist. Wurden sie seit 2020 im Rahmen der Pandemie beschnitten und ausgehebelt? Das darf er natürlich nicht sagen. Gehen aus! Auf Wiedersehen! Gehen aus! Gehen aus! Querdenker raus! Gehen aus! Gehen aus! Warum darf er das jetzt nicht sagen? Mal nehmen Sie ihm das Mikrofon ab. Gehen aus! Ja, da sehen wir, also mit der Toleranz ist es nicht weit her in vielen Teilen dieser opportunistischen Mitte, ja. Das heißt, wenn jemand hier auf so einer Demonstration spricht und einen Standpunkt vertritt, der dem absoluten Mainstream widerspricht oder ihn zumindest in Teilen infrage stellt, dann wird er erbarmungslos ausgebot. Und, meine Lieben, die weltanschauliche Diversität, das ist die eigentliche Herausforderung, ja. Und das heißt, wenn ein LGBTQ-Aktivist, es neben einem orthodoxen Juden, für den Homosexualität eine Sünde ist, wenn die es nebeneinander aushalten und ein auf gegenseitigem Respekt beruhende, kontroverse Debatte führen können, dann haben wir es mit Toleranz zu tun und dann haben wir es mit wahrer Diversität zu tun, um die es eigentlich geht, ja. Und da muss man sagen, ist es im vulgär-sozialistischen, rot-grünen Lager ganz, ganz schlecht bestellt, ja. Also das sind wahrscheinlich die intolerantesten Menschen in weltanschaulicher Hinsicht, die es gibt, ja. Man darf sich da nicht täuschen lassen. Eine dann häufig auch, ich will mal sagen, bekanntes Agnostikertum oder Indifferenz, ein Relativismus, ja, heißt nicht unbedingt Toleranz. Denn auch ein agnostischer Relativismus kann gewissermaßen fanatisch und totalitär auftreten und dann mit Geifer im Mund gegen jeden anderslautende Stellungnahme oder Positionierung eben auftreten. Es kann gewissermaßen die Indifferenz dann auch totalitär eingefordert werden, ja. Gut, in diesem Sinne, also, wissen wir, was radikale Mitte ist. Radikale Mitte ist das Gegenteil von opportunistischer Mitte. In diesem Sinne, wenn euch sowas gefällt, wenn ihr damit sympathisiert, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, drückt die Glocke und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.